Wir gehen rüber zum hungrigen Hugo, let's go. Tommy nervt sein Cousin. Ich weiß nicht, wie man das Wort richtig ausspricht. Cousin? 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 Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur abzocken, Digga. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn man ein Fischstädchen gebratene Fischstädchen drauf hat mit Käse überbacken. Oh, die Stelle kenne ich, wo er jetzt einfach sagt. Ja, aber stell dir vor, die Musik vom Fortnite-Gleiter kommt. Dass er schon irgendwo den ein oder anderen abholen würde. Aber stell dir mal vor, ich würde bei Fortnite diese Hintergrundmusik von dem Gleiter geben. Weißt du? Also Tommy, ich hab schon viel von dir erlebt, Bro, ich red grad über Fischstädchen auf dem Sandwich. So lost. Haha. 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 Steig aus, steig aus, halt müsst ihr gehen. Bestimmt wegen dem Boot. Steig einfach aus. Kann ich auch sagen? Ja, ja. Oh mein Gott. Sollen wir keinen Fallschaden bekommen und sind hier runtergekommen. Wir gehen jetzt in die Richtung durchs Biom. So. Ahhh. Nein, nein. Oh mein Gott. Weil, 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 weil denn der scheiß Boot ist, Alter. Haha. Lost. Ich. Jede Prüfung. Nicht bestanden. Letzter Versuch. Nicht bestanden. Ja. Du kannst den Hund streichen, der beißt nicht. Der Hund. Der beißt nicht. Dieser Typ. Haha. 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 Hohohohohohohohoho. Ich will auch ein Trampolin endlich haben. Ich will ein Trampolin im Garten. Was ist denn das. Scheißbein oder was. Was ist. Haha. 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 Der Typ. So. Üren Sandor. Noch keiner. Haha. Hahaha. Was macht er jetzt aus der Schnitzelgrube in selbstzerstörerischer Aktion? Du dannst los und nimmst, was du nehmen kannst. Los! Sind wir sicher? Oh mein Gott! Was ist das? Einfach ein Katamisse! Der kleine Junge nimmt sich ein Katamisse! Der kleine Junge nimmt sich so ein Katamisse! Nimm einfach ein Messer! Was war das erste, was er genommen hat? Ein Katamisse! Das sagt sehr vieles über Matthäus. Mein Vater nahm die Prügelstrafe sehr ernst. Er hatte für jede Verfehlung einen eigenen Gürtel. Es gab einen Lügegürtel, es gab den Stählengürtel, den Lügen und Stählengürtel. Das sind ja normalerweise so Geschichten, die Raab sehr, sehr gerne mag, die er gut kann, wo er schnell ein Gefühl fürs Gerät bekommt. Ja, das zum Thema, das ist ne Sache, die ihm liegt. Wenn meine Eltern denken, ich bin gut in etwas. Bro, safe komme ich in den Himmel. Auch ich 5 Minuten danach. Ja, das ist so ein Transformer, das ist so ein Mensch, der steht jetzt auf, oder? Das ist eigentlich gar nicht lustig, das ist, au, au, au. Saved. Saved. Ich hab's gerettet, ich hab's gerettet, Leute. Ist überhaupt nicht lustig. Das ist gar nicht lustig, Leute. Da dürft ihr nicht drüber lachen, okay? Au! 20, 20 in einem Video. Uh oh. Ich hab's gerettet. Huh? Oh. Oh oh. Ich hab's gerettet. Ich hab's gerettet. Das Safe geht viral. Danke dir, Digga. Kuss, Kuss. Der Pilz an Montes... Mit 2 Euro kommt nächste Woche wieder aus dem Urlaub. Kauf schonmal Creme. Hey old man, gimme everything. Call an ambulance! nepal an ambulance… ... ACCESS… ... Ich habe mir auch überlegt, eine Schutzwaffe mir zu holen, mit Leuten, die auf meinen Grundschiff gehen, damit ich erriesen kann. Spaß, Leute, würde ich niemals machen. Paar Platte zu 21, streamt bereits seit 5 Stunden. Bro, dein T-Shirt ist falsch rum. Wenn mir langweilig ist und ich anfange, unnötige Fragen zu stellen. TF? Hä? Wieso steht da Pisswasser drauf? Hä? LOL. Wieso steht da Pisswasser drauf? Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Pisswasser? Pisswasserpilz. Warum steht da Pisswasserpilz drauf? Das war schon immer so? Pisswasserpilz? Was ist denn das für ein Bug? Mont vor zwei Jahren, Mont vor sieben Monaten. Also das sieht wieder aus. Pisswasser. Pisswasser Racing. Wer kommt auf die Babamäßig, die sich Pisswasser zu nennen? Ich fahr für Ferrari. Ich fahr für Monster Energy. Ich fahr für Pisswasser. Das ist Elotrix, nicht wahr? Das ist nicht er? Das ist Elotrix. Das ist sein kleiner Bruder? Das ist Elotrix, sein kleiner Bruder? Also Elotrix hat einen kleinen Bruder. Denn du... Kinder zerstört. Du bist heute 16. Darum... Gibt es meinen... Frisch... Einen... Mal eben den Müll rausbringen. Da hast du bis die Tür. Ich fände sie sehr, aber okay. Ah! 400 Uhr. Perfekt. Perfekt. Tommys Cousin heult wieder rum. Nicht jetzt reingehen die da. Alles was bei der Tür ist, sieht man doch. Tommys Cousin heult wieder rum. So, und komm mal hier um, warte mal. Ich mach noch kurz eine andere Kamera. Ich mach was hier. Tommys! Ey, 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 ey! Tommys Cousin heult wieder rum. Tommys Cousin heult wieder rum. Tommys Invasion. Roland Stimpel gehört zum Fachverband Fußverkehr. Hat man Ihnen erklärt, dass man auf dem Gehweg nicht fahren darf? Oder wussten Sie es gar nicht jetzt? Nee, hat keiner erklärt. Also in der App kommt es auch gar nicht vor. Oder so. Nee, das haben sie auch einfach mal so. Und hat Spaß gemacht. Oh, Junge! Er hat zuerst genickt, als ich sagte, dass ich es nicht darf. Und dann ist er aber unverdrossen weiter auf dem Gehweg gefahren. Volle, der Timex hier. Hey, buddy! Hi! Walk out! Ha! Bamm, dicker! Man muss sie nicht machen! Man muss sie halten! Der Hype... Man muss sie nicht machen. Scheinlich gehört es zu den besten Gamern. Geht mittlerweile sogar so weit, dass man den besten Gamern beim Spielen zuschauen kann. Einer der bekanntesten... Den besten Gamern! Das ist so geil, die haben so gut... Ja, true. Ich glaube, ich bin einfach zu stark in jedem Spiel. Hast du das gehört? Also wenn das im Fernsehen ausgestrahlt wird und die sagen, ich bin der beste Gamer, dann muss da was dran sein. Mir fehlen die Worte. Es ist schade. Möchtest du mit Kaiju spielen? Kaiju und Monte. Im Gym? Yibiii! Wenn ihr irgendetwas braucht, wir beide sind da drüben auf der Bank. Ich will nur die Tage mal spielen! Hey! Mann, du bist ein Stück Sch***, bist du! Gleich eins auf Maul. Da war ein Honig, sie doch irgendwie! The fuck? Wer schneidet sowas? Nein! 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 Was ist das für eine Scheiße? Max schubst jemanden von der Klippe. Gericht, haben sie ihn getötet? Max würde ich nicht so sagen, er ist an Fallschaden gestorben. Ich schubse sie nur, ich will sie gar nicht töten mit einem Schlag. Hast du sie getötet? Nee, würde ich so nicht sagen. Sie sind falsch angeschoben. Hände hinter einer Willi Hobbs. Es ist Ecuador. Schau mir nach. Haha, Bolivien. Der kleine Junge hat ihn komplett zerstört. Anscheinend ist es wirklich krass so, dass niemand, ich, wenn ich etwas erkläre. Also, die, also, äh, also, ähm, also. Sehr, sehr stark. Checkt, hungrige Huhe aus. Küsse gehen raus, support den Boy. Küsse, 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 küsse. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal. Jeder? Ja. Ich glaube, es ist ok. Ich glaube, es ist okay. Ich Vielen Dank.